Ich meine, ich glaube zum ungünstigsten Zeitpunkt, den es überhaupt gibt, kommt Union, klopft an und will Jessica einen Gangkampf haben. Das Ding ist, das Ding ist einfach, also ich wusste, dass Interesse besteht, aber schon länger. Man hat halt immer so viele Vereine, die mal so anrufen oder mal nach dir gefragt haben. Und ja, dann habe ich halt meinen Berater gewechselt, also mein Vater ist so dieser Hauptcharakter, aber wir haben noch jetzt Volker Struth, der kümmert sich halt zur Zeit um alles mit meinem Vater zusammen. Und mein Berater meinte dann halt so, halt dich fest. Ich sag, okay. Er sagt, bist du bereit? Ich sag so, sag doch einfach. Er sagt, Union Berlin will ich wirklich richtig haben. Er sagt, wäre es eine Option für dich? Er meinte so, eigentlich so direkt, nee, machen wir nicht. Hm.